Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 7. Februar. Heute haben wir dabei Flickr, Samsung, Spotify, Facebook und Lyft. Beginnen tun wir mit Flickr, die hatten wir ja schon Anfang der Woche. Wo es eigentlich anstand, dass eure Fotos gelöscht werden, wenn ihr die auf Flickr habt, denn ihr könnt dort nur noch 1000 Fotos behalten, mit einer Ausnahme jedenfalls. Ja, und das lief wohl nicht so rund, es gab wohl ein paar Probleme und da hat Flickr dann einfach gesagt, okay, bevor wir heute unsere Nutzer verärgern, schieben wir das Ganze nochmal zurück und machen eine neue Deadline und die ist jetzt der 12. März. Man hat also knapp über einen Monat Zeit und kann auch seine Fotos sichern, bevor diese gelöscht werden. Also, wenn ihr Flickr Nutzer seid, dann nutzt die Zeit, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt und eure Fotos in Sicherheit gebracht habt. Samsung, die stellen ja am 20. Februar die neuen Geräte vor, also die Galaxy S10 Geräte. Und du hast es altbekannt, nicht nur das wird da passieren, sondern es wird auch Samsung Galaxy Buds geben. Ja, Galaxy Buds, was ist das? Ja, das ist im Endeffekt die Samsung Kopie der Apple AirPods, sprich kabellose Ohrnöpsis, die auch im Gehäuse geladen werden, wie es mittlerweile total viele gibt. Schiener Kopien, wie auch professionelle, teure Dinger von diversen Audioherstellern und jetzt entsprechend auch von Samsung. Also, wenn ihr eben Samsung Gerätenutzer seid oder wahrscheinlich auch generell Android Nutzer, werden das wohl auch nutzen können, dann ist das eventuell für euch eine Option. Die Dinger sollen wohl 149 Euro kosten, liegen damit auch in der erwarteten Preisgröße wie kompetierende Markenprodukte und ja, warten wir es ab. Der 20. Februar ist ja bald. Die größte Nachricht gestern oder ja, über die Nacht war halt, Spotify kauft Gimlet Media und Anchor. Ich muss sagen, Gimlet Media kenne ich nicht, das ist aber anscheinend ein relativ großer Podcast-Produzent aus Amerika logischerweise, mit ganz vielen Formaten und ja, diversen Podcasts. Und Anchor, die habe ich schon länger auf dem Schirm, die hatten mal gestartet als, ja hier, mehr oder weniger, Radio für alle, dann Podcasts für alle. Ist eine App, mit der man auf einem iPhone oder auf einem iPad oder auch auf einem Android-Gerät relativ einfach schnell einen Podcast mittlerweile zusammenzimmern kann mit vielen Features. Früher waren die sehr basic, mittlerweile alles ein bisschen aufgebohrt, wie ich es gelernt habe und haben auch eine schöne Übersicht an Podcasts, die die im Angebot haben. Lange Rede, kurzer Sinn, also viel Content für Spotify, denn Spotify hat an der Hand ihrer Daten erkannt, dass Leute, die auf Spotify Podcasts hören, auch dort dann mehr Musik hören. Das ist natürlich das Geschäftsmodell von Spotify, also Musik und von daher dachten sie sich, ja, noch mehr Podcasts, noch mehr Musik, denke ich mal. Und ja, damit, also mit der Übernahme der beiden Firmen und es ist nicht bekannt, wie viel dafür ausgegeben wurde, damit werden die so in Richtung Nummer 1 der Podcast-Produzenten gehen. Also, ja, auf jeden Fall eine interessante Entwicklung und für uns hier als Podcast natürlich auch generell eine schöne Sache, dann ist eben nicht mehr iTunes der Platzhirsch im Podcast-Bereich. Joa, nächstes Thema, Facebook. Die haben ja regelmäßig Probleme, wir berichten ja auch mehr als einmal oder haben mehr als einmal schon berichtet hier im Daily. und auch einen großen Geek-Talk, den ihr natürlich auch hören könnt, der einmal die Woche kommt. Ja, und ja, wenn es Probleme gibt, muss man natürlich immer sehr viel kommunizieren und PR machen und ja, dafür gibt es natürlich in so einer Firma eine Person. Das ist der Head of PR und bei Facebook ist das die gute Frau, jetzt muss ich wieder üben mit dem Namen, Karen Marooney. Also, das ist doch mal ein relativ einfacher Name. Ja, und die Karen Marooney, die ist seit knapp acht Jahren bei Facebook und wie gesagt, Technologie, Communications, VP und Head of PR und jetzt verlässt sie Facebook. Man wundert sich, hat sie vielleicht die Schnauze voll, gibt es so viele Probleme und es macht keinen Spaß mehr. Die hat jedenfalls gesagt, die hätte ein großes Vertrauen in Facebook, mehr denn je und was sie demnächst tun wird, man weiß es nicht. Wir hatten ja gestern auch schon den Abgang bei Apple, da weiß man auch nicht, aber man wird es bestimmt erfahren. Und das letzte Thema für heute, es geht um Lyft. Lyft ist der große Konkurrent von Uber. Es gibt ja immer meist zwei im Business, Pepsi und Coca-Cola und Lyft und Uber. Lyft ist im europäischen Markt, glaube ich, gar nicht aktiv, wenn ich das recht sehe. Aber im Endeffekt, die machen halt Carsharing oder Car-Transport, Sharing Economy. Ihr wisst, wie Uber funktioniert. Privatleute holen euch mit dem Auto ab und bringen euch von A nach B und ihr bezahlt Frictionless mit der App. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, grüner zu werden und Elektro zu pushen und alles. Ja und dementsprechend gibt es jetzt einen Green Mode und da kann man in der Lyft App, wenn man sich einen Lyft ordert, um von A nach B zu kommen, angeben, dass man gerne ein Elektro-Auto hätte oder einen Hybrin. Und somit was Gutes für die Umwelt tut. Ja, schöne Sache. Wer denn mal halt ein Elektro-Auto fahren möchte, kann das so relativ easy machen. Also nicht selber fahren, sondern mitfahren, logischerweise. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Donnerstag, wir haben die Woche bald rum. Habt einen guten Donnerstag. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bleibt positiv. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.